ja ok mal durch starten hier alles gut schön dass die Sonne so scheiße steht und ich sehe noch keine Kasse keine Kasse ganz hinten ganz weit weg wir müssen gucken unten bei Holzverarbeitung können wir welche treffen weil da nämlich dann der Ausgang ist die könnten die haben versucht abzufangen also während sich da die Leute versuchen wahrscheinlich da hinzutun weil ansonsten müssten die über die Koltzgefängnis dann noch oben so wie wollte jetzt laufen Sandro machst du wieder querfeld ein geradeaus ja immer Luftlinie da ist was los kriegen wir wahrscheinlich auch in den Rücken oder diesen vor uns dann überall Fischer da war ich wir sind auf die falsche spür zu bringen aber wir sind auf die falsche spür zu bringen ich war so weit weg die haben schon aufgenommen ich war so weit weg ich war so weit weg ich war so weit weg ich habe auf jeden fall spieler gesehen der lieb dahinter im zaun naja in dem roten haus ist einer drin habe ich gerade ein mündungsfeuer gesehen da hinten schießt auch was aber das sind noch gerade zwei zombies gehen wir da in den roten haus hin ein bisschen spieler voraus von hinten what the fuck moos hin wenn ich das schon wieder sehe einen habe ich sauber da ist noch einer weiter hinten hier habe ich auch hier habe ich auch vor dem zaun da war ich jetzt so toll aufgeregt hast du jetzt versucht wieder jeden Schuss nachzuladen kann das sein ja weil ich das gewohnt bin von der anderen knarren das wäre so gut gewesen wenn ich den jetzt noch geholt hätte aber du hast jetzt zwei stück mit der crack gemacht ich weiß nicht ob die mucke den geholt hat da gerade eben an denen sie gestorben ist kann der auch sein komisch aber ich hatte nicht so gut getroffen wie mich er getroffen hat ich bin ja auch gut gesprungen oh ja drei nee was habe ich zwei von sechs und irgendjemand hat hier einen jäger in brand gesetzt ich nehme nicht drei von sechs und zwei von sechs mit der kraker da bin ich schwer geholt es ging wieder verdammt fix die runde aber der eine spiele ich jetzt noch das ist unzufriedenes ergebnis woher ja 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 ich mit der jetzt hier vollmantel alter vollmantel bei der krag das ist schon übel glaube ich ja du hast hat mündungsgeschwindigkeit ist ein bisschen